Wir haben dem Ein-Ende gesetzt. Tom war recht großzügig. Du bist ja paranoid. Du bist ja paranoid. Tom war bereits hier. Ich habe viele Feinde. Ich habe viele Feinde. Ich habe viele Feinde. Ich habe viele Feinde. Das ist zu einfach. Danke für die Information. Danke für die Information. Danke für die Information. Danke für die Information. Willkommen im Club. Ich lese es jetzt gerade. Ich lese es jetzt gerade. Ich lese es jetzt gerade. Tom machte Seifenblasen. Ich hasse eifersüchtige Frauen. Ich hasse eifersüchtige Frauen. Er trägt eine Sonnenbrille. Er trägt eine Sonnenbrille. Er trägt eine Sonnenbrille. Er trägt eine Sonnenbrille. Fühlst du dich schuldig? Bitte gieße die Blumen Ich mag Disco-Musik Ich mag Disco-Musik Jetzt mache ich mir Sorgen Jetzt mache ich mir Sorgen Jetzt mache ich mir Sorgen Wir haben es wahrlich versucht Wir haben es wahrlich versucht Wir haben es wahrlich versucht Tom sieht sagenhaft gut aus Tom ist ungewöhnlich Tom ist ungewöhnlich Tom könnte sich an nichts erinnern Tom könnte sich an nichts erinnern Sein Ausweis war getürkt Tom ist ungewöhnlich Lässt uns annehmen Das sei wahr Lässt uns annehmen Das sei wahr Lässt uns annehmen Das sei wahr Was für ein würdevoller Mann Was für ein würdevoller Mann Was für ein würdevoller Mann Du bist ein Genie. 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 Hast du Halsschmerzen? Ich habe Tom gefragt. Sie werden angreifen. Hast du geholfen? Tom fühlte sich schrecklich. 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 Unser Plan ist aufgegangen. Unser Plan ist aufgegangen. Unser Plan ist aufgegangen. Unser Plan ist aufgegangen. Tom ist unerwartet gestorben. Tom ist unerwartet gestorben. Er hat unser Vertrauen missbraucht. Er hat unser Vertrauen missbraucht. Er hat unser Vertrauen missbraucht. Tom ist unerwartet gestorben. Tom ist unerwartet gestorben. Tom ist sehr dick geworden. Tom ist sehr dick geworden. Ich habe Angst vor Tom. Der Hund springt. Was ist so lustig? Er war voll besoffen. Er war voll besoffen. Komm, versuch's noch mal. Ich erhielt einen Brief. Ich erhielt einen Brief. Ich erhielt einen Brief. Ich kann Feiglinge nicht ausstehen. 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 Das ist einfach unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Diese Gemälde sind schon. Diese Gemälde sind schon. Die Katze will raus. Die Katze will raus. Willst du nichts? Willst du nichts? Sende es per Luftpost. Sende es per Luftpost. Die Katze ist einfach unmöglich. Tom. 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 Wessen Freund bist du? Wessen Freund bist du? Du kannst nicht gehen. Wessen Freund bist du? 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 Hast du Tom gewarnt? Hast du Tom gewarnt? Hast du Tom gewarnt? Tom hat sich wieder erholt. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe sie nie gesehen. Tom ist kein Kardiologe. Tom ist kein Kardiologe. Tom ist kein Kardiologe. Niemand lacht jetzt gerade. Niemand lacht jetzt gerade. Das ist gruselig. Ich habe sie nie gesehen. Ist Tom einsam? Ist Tom einsam? Tu es nicht Tu es nicht Tu es nicht Tu es nicht Sie sind noch Kinder Sie sind noch Kinder Sie sind noch Kinder Hat Tom schon wieder gewonnen? Sie sind noch Kinder Sie sind noch Kinder